Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Heute bei der Taunus-Fighter in Edelstein wieder. Kuren ist dabei. Tanja ist dabei. Und den Christian habe ich heute erst kennengelernt. Der macht mit mir heute Training. Wir seht hier natürlich nach dem Training und nach dem Intro seht ihr, wie es hier abgeht. Das war's. Das war's. Tschüss. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleichai. Jeige. Bis zum nächsten Mal. 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 Ciao. Ciao.